Erst Gespräch mit deinem eigenen persönlichen Tanzlehrer. Wunderschönen guten Tag dir, sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und es geht hier darum, dass du zu deinem eigenen persönlichen Tanzlehrer kommst. Und hier sei dir eins gesagt, ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Wenn es für dich in Frage kommt, über Privatstunden in deinem Eigenheim, in deinen eigenen vier Wänden bei dir zu Hause, bei dir daheim oder an einem anderen von dir vordefinierten Wunschort über mich, dem ADTV IHK World Dance Council Gütesiegel ausgebildeten Privatstanzlehrer über mich Stunden zu nehmen. Tanz Privatstunden. Dann der Vorschlag an dich, lass uns in Kontakt kommen über das Kontaktformular unten in der Beschreibung oder über die Telefonnummer. Für deinen Tanzerfolg die Nummer ist die 0176 840 44661.